So hallo, ich bin nochmal Hussein. Es sind halt fünf Tage, seitdem ich die Implantate bekommen habe. Vorher hatte ich ja Bedenken, Angst und so weiter und so fort. Kann ich sagen, es ist wirklich schmerzfrei. Es tut überhaupt nicht weh. Also ich bin schon positiv überrascht. Die erste Team war sehr gut, Profi. Also man hat ja immer die züchteren Hand dabei gehabt und so weiter. Ich bin am ersten Tag gleich zum Essen gegangen. Natürlich muss man langsam, aber es war alles toll, alles in Ordnung. Wie gesagt, ich fühle mich gut. Ja, ich kann es nur empfehlen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Bald muss ich nochmal in sieben Monaten nochmal kurz zurückkommen, um die Kronen drauf zu machen und das war es dann. Dann ist es halt hinterher sozusagen. Ansonsten kann ich es weiter empfehlen. Ja.